Ich bin Appenzeller in St. Gallen geboren und aufgewachsen, habe lange in der Chemie gearbeitet, das ist auch meine Ausbildung, Chemieingenieur an der ETH in Zürich, viel für die Chemie in Basel und auch im Montiballis gearbeitet und auch in den USA. Ich hatte die Gelegenheit für ZIPA in Alabama zu arbeiten und bringe jetzt auch diese Erfahrung, dieses Netzwerk und diese Erfahrung aus diesen 30 Jahren Chemie, Pharma, Biotec, auch Energie, Infrastruktur als Partner in die Firmengruppe von Oprandi und Partner für die Niederlassung in Lausanne, in der Romandie und ich wohne auch in der Romandie, ich wohne im Montiballis. Ich habe vier Söhne und die geniessen es, im Port de Soleil Ski zu fahren, im Konkurrent-Skigebiet von, wo ist unser Mann mit dem Cowboy Hood? Von Art Furo, hat ihn abgezogen, von Art Furo. Gut, wie gesagt, wie kann man eine Hochzeit feiern mit total verschiedenen Kulturen? Ich möchte Ihnen gerne eine Geschichte erzählen. Es war einmal im Süden der USA, in Alabama, in McIntosh, in the middle of nowhere, in den Wäldern, eine Chemiefabrik der ZIPA, ZIPA Geigi damals, ganz im Süden, ein Produktionswerk mit etwa 1500 Mitarbeitenden und irgendwo in der Mitte sehen Sie dann die Gebäude für Epoxyharzproduktion. Das ist das Produktionsgebäude Area 12, Gebäude 12, wo wirklich sehr viele Basisharze produziert werden, Epoxyharze, Kleber, Araldit, das sagt Ihnen vielleicht etwas, Araldit, das sind, in diesem Gebäude sind das wirklich so Commodities-Produkte, also wirklich einfach Harz, Harz, Araldit-Kleber für Standardkunden, Schiffsbau, Betonschutz und eine Anlage, sehr alt, also die ist schon einige Dutzend Jahre gelaufen, sehr alt, aber sehr robust, lined out, das hat wirklich gut funktioniert, bodenständige Leute auch, mehrheitlich schwarze Mitarbeiter, Mitarbeiter und relativ wenig Frauen. Und dann gab es auch noch später, in den 90er Jahren wurde dieses Gebäude aufgestellt, die Area 19, das 19 Gebäude, Specialty Products, das sind wirklich die hochklassigen Araldit-Produkte für Fliegerindustrie, Hightech-Kunden, für Airbus, Boeing und Aerospace und auch für die US Army, US Navy, Renommee-Produkte, sehr, eine ganz neue Anlage, voll durchautomatisiert, sehr modern, auch sehr anfällig und mehr, auch etwas arrogant, die Produktion wurde nämlich vom Norden aus dem Gebiet New York, wurde die transferiert in den Süden, also Yankees mit den schönen Produkten in den Süden zu den Confederates in Alabama. Arrogant, etwas arrogant oder modern und mehrheitlich weiße Mitarbeiter und etwas mehr Frauen. Und dann auf einmal die Krise in diesem Gebäude, in diesem schönen, modernen Gebäude. Totale Fehlproduktionen, also wirklich 60% Qualität Off-Spec, wohlverstanden, nicht In-Spec, 60% Off-Spec. Die Durchsatzrate wirklich sehr tief und die Kosten unheimlich hoch, auch die Absorption ganz schlecht und die Abfälle, das sind nicht definierte viele Abfälle gewesen, Sonderabfälle, vor allem auch kanzerogene Stoffe mit Epichlorhydrin, kanzerogen, krebserregende Stoffe, oft nicht definierbar, also sehr schwierig zum Hantieren auch. Das ist wirklich eine Krise und was macht man jetzt in so einer Situation? Stopp. Also wir haben dann wirklich sagen müssen, stopp, 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 stopp. Jetzt müssen wir uns etwas Zeit nehmen und einmal etwas hirnen, das durch die Hirnschlaufen gehen zu lassen, überlegen und wir haben dann dieses Projekt, Breakthrough definiert. In diesem Projekt ging es also darum, in dieser Stopp-Phase genau zu überlegen auf zwei Ebenen. Auf zwei Ebenen, auf der technischen Ebene, der technische Prozess und auf der People-Ebene und wirklich verstehen, worum geht es. Zeit nehmen und verstehen, was ist die Chemie und wie funktionieren die Anlagen und wir brauchen Lösungen und nicht nur Lösungen kreieren, sondern wie bringt man es dann auch noch auf den Boden, die PS auf den Boden bringen. Und eigentlich genau dasselbe auch auf der People-Seite, auf der Mitarbeiter-Seite, wirklich verstehen, wie funktionieren alle diese Leute, die dort unten arbeiten. Und was können wir für Lösungen zusammen kreieren? Und dann, wie setzen wir das um? Wie bringen wir denn auch hier die PS auf den Boden? Wenn wir das technische anschauen, der technische Prozess, was konnten wir zusammen kreieren und herausfinden? Sie sehen auf der rechten Seite das parallele Prinzip von Anfang an. Sie sehen große parallele, drei große Rührreaktoren. Das sind 16.000 Liter Reaktoren, wo verschiedene Reaktionsstufen durchgeführt werden. Und was Sie auch sehen, die drei laufen parallel und dann gehen Sie zusammen in zwei andere Gefäße. Und stellen Sie sich vor, wenn einer dieser drei Parallelen, die gleichzeitig das gleiche Produkt machen, wenn einer eine Fehlreaktion macht und nachher wird das zusammengegossen, in die anderen zwei, dann gibt es eine Kontamination. Also einer kann alle anderen kontaminieren. Und dann sind Sie natürlich im Deep Shit. Und wenn Sie dann noch sehen, dass ein Destillat rausrezykliert wird, wieder zurückrezykliert, destilliert, als Rezyklierung und wird wieder als Lösungsmittel eingesetzt. Und wenn Sie Probleme hatten im Prozess, dann ist das Destillat, das Sie wieder zurückführen, auch etwas kontaminiert. Dann beginnen Sie schon mit kontaminiertem Lösungsmittel und dann kommen Sie noch tiefer in Probleme. Das ist dann wirklich eine Todesspirale. Das war die Situation. Also wirklich sehr oft sehr katastrophal. Und wir haben dann gesagt, wir könnten ja die Lösungsmittel in Fest abspitzen und verbrennen und wieder Frisches nehmen. Aber es ist kanzergener Stoff. Das kann man nicht einfach schnell abfüllen in Fässern. Das ist dann sehr schwierig zu handhaben. Also haben wir gesagt, wir brauchen was Neues. Und wir haben dann zusammen irgendwie eine Lösung herausgefunden und kreiert mit verschiedenen Typen von Mitarbeitenden und hierarchischem Niveau. Und was Sie auf der linken Seite sehen, ist eigentlich der technische Prozess, den wir geändert haben, total umgestellt, umgekrempelt. Es gibt jetzt kleine Schritte, ihn aneinander gehängt. Keiner kann einen anderen kontaminieren. Oder wenn jemand kontaminiert, kann man den schnell rausnehmen. Aber es geht dann richtig so tak, 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 viel schneller. Und Sie haben den Prozess viel besser unter Kontrolle. Und Sie sehen es an den Zykluszeiten. Vorher 24 Stunden, bis das Produkt aus der Anlage kam, Endprodukt. Und beim neuen Prozess viel einfacher, simpler, tak, 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 in sechs Stunden. Und das hat natürlich enorme Vorteile. Also technisch konnten wir eine Lösung finden, die Sinn macht, die wirklich auch in die Anlage passt. Weil das vorhergehende Produkt, als es vom Norden, von den Yankees in den Süden kam, wurde es einfach in die Anlage hineingepresst. Aber es war nicht ein idealer Prozess. Und jetzt kommt noch etwas ganz Wichtiges, was Sie auf der linken Seite sehen, das Destillat. Ich meine, das ist immer heikel, zu rezyklieren, zu destillieren, kontaminieren. Und das Einfachste wäre ja gewesen, einfach das Destillat weggeben. Area 12. Die können Sie dann gebrauchen. Und wir nehmen immer frisches Lösungsmittel. Und dann läuft der Prozess wie in Orlange. Wie in Orlo Suisse. Und das wollten wir durchziehen. Aber wie kriegen Sie das hin, dass Sie einfach den anderen sagen, Commodities, den anderen Gebäuden, ihr übernehmt das. Die Arroganten übergeben den anderen einfach den Dreck. Aber das haben wir gemacht. Jetzt, wie haben wir es auch noch gemacht auf dem People-Prozess? Wie haben wir das ausgearbeitet mit all diesen verschiedenen Mitarbeitenden? Wir haben gesagt, gut, was braucht es? Es braucht sicher von der Einstellung her, brauchen wir einen Respekt. Jeder Mitarbeitende, egal welches Niveau er hat, welche Hautfarbe er hat, muss respektiert werden in seiner Art. Und das sind Leute im Süden. Die sind etwas anderes wie die Yenkes im Norden. Das kann ich Ihnen sagen. Also der Respekt. Dann auch die Gleichbehandlung, dass jeder gleich behandelt wird. Auch die Offenheit, dass wir jedem gegenüber sehr offen sind. Wir brauchen alle Informationen. Wir müssen auch das Vertrauen kreieren. Sonst kriegen wir das nicht hin. Und natürlich dann auch eine Art Unterwerfung. Je nach Situation, je nach Unterprojekt, dass man dann auch sagt, jetzt führt er. Jetzt gehen wir einen Schritt zurück. Vielleicht die hierarchisch höheren Leute einen Schritt zurück und lassen den anderen kreieren, mithelfen, Ideen bringen und auch etwas führen. Und wenn Sie dann sehen, wie haben wir das angewendet mit den Leuten? Transparenz. Absolut nötig. Diese Transparenz in der Kommunikation mit den Zahlen, mit der Chemie, mit dem Prozess, offen spielen. Transparenz. Was läuft wirklich ab und was kostet das auch alles? Dann denke ich, ein sehr wichtiger Teil, der geteilte Leadership. Im Projektteam waren wir acht verschiedene Leute und jeder hat, je nach Untergruppe, hat er dann das Projekt geführt. Egal, ob er jetzt Chemiker war oder Automation Guy oder ein Schichtmitarbeiter. Jeder hat ein Unterprojekt geführt, auf seine Art und mit seinen Leuten. Es war mir ganz wichtig, dass wir im Konsensus arbeiten können, weil wir waren so in Deep Shit. Und wenn nicht jeder davon überzogen ist, dann wird das nicht funktionieren. Wir brauchen Entscheidungen, wir brauchen Prozesse, die im Konsensus dann entstanden sind und dann steht jeder dahinter. Und da wird es auch funktionieren. Und natürliche Empowerment, dass wir die Verantwortung auch abgeben können, delegieren können, übergeben können, gut geführt. Und jeder diese Verantwortung übernehmen kann und aber auch verantwortlich dann ist. Also Accountability, dass er dazu einsteht. Das ist eigentlich der Teil, den wir eingesetzt haben, für den technischen Prozess zu ändern, was Sie vorher gesehen haben, von den großen, parallelen Produktionskästen zu den kleinen, tak, 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 tak. Und jetzt kommt noch die andere Seite, das mit dem Destillat. Das Destillat einfach den anderen rüberschmeißen, den rüberschicken, den Commodities. Das ist schon eine heklere Sache. Also wie kriegen Sie das hin, dass die anderen, die immer so niedergedrückt werden, auf einmal für den Schönen einfach den Dreck übernehmen sollen? Warum sollen wir deine Schwierigkeiten übernehmen und ausfressen? Und ich denke, es gibt einige Punkte, die ganz wichtig sind, die hatten immer Misstrauen. Die waren immer etwas skeptisch gegenüber den neuen Prozessen, dem neuen Gebäude, klimatisiertes Gebäude von den Yankees. Das Misstrauen war, was führen sie im Schild und so weiter. Und ich denke, hier ist es ganz wichtig, Vorbild zu sein und auch Walk the Talk. Einfach mit ihnen zusammen zu sein und auch dazu stehen, was wir sagen und auch das durchführen. Breaking Barriers. Ich meine, wir hatten sehr große Mauern zwischen verschiedenen Leuten, verschiedenen Typen, verschiedenen Gebäuden. Und ich denke, das muss einfach fallen. Sonst kommt man nicht an die Information ran, wir kommen nicht ans Commitment ran. Und ich denke, einer der wichtigsten Punkte war wirklich die Geschichte mit diesem Destillat. Können wir das einfach den anderen rüberschieben? Dass sie das übernehmen? Weil für uns war es sehr wichtig, dass wir immer sauberes Lösungsmittel einsetzen konnten. Und die anderen brauchten etwa zehnmal mehr Lösungsmittel. Das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Das war verdünnt bei ihnen. Für ihre Produkte war das auch gar nicht so entscheidend. Aber immerhin, sie müssen von uns den Dreck übernehmen. Warum sollen wir das tun? Und das habe ich gesagt, das muss zur Chefsache erklärt werden. Diese Überzeugungsarbeit, das Zusammenausarbeiten, wie machen wir das mit den Lösungsmitteln? Auch technisch. Und dass es funktioniert. Und nicht, dass sie dann große Probleme haben. Und dort abgestellt wird. Und Überzeugungsarbeit, das war ganz klar mein Job. Das ist Chefsache. Und da habe ich sehr, sehr viel Zeit und Energie investiert für diesen Punkt. Dass das wirklich funktioniert. Dann ein gewisser Neid war natürlich immer vorhanden. Man hat immer noch von dieser Area 19 gesprochen. Alle Besuche kamen immer nur in dieses neue Gebäude. Nie in den anderen Bau. Geschenke, T-Shirt, Caps und so weiter. Das war immer bei den anderen. Und ich denke, da gibt es auch kleine Punkte, diese Wertschätzung. Auch wenn es dann nur darum geht, dass eben die auch einen Breakthrough-Hut, einen Breakthrough-Shirt gekriegt haben. Sie konnten mitmachen bei den Grill-Partys. Kleine Sachen. Aber einfach involviert sein. Und man hört auf sie. Dann geht der Neid verloren. Dann der ganze What's in it for me? Was bringt es uns, wenn wir für dieses Gebäude die Lösung mitnehmen? Also dass wir dann auch sagen können, okay, das geht um Respekt. Jetzt sind die Leute respektiert. Ziba spricht von Ihnen. Hat im Norden von diesen Leuten auch gesprochen. Wow, das ist ganz etwas Neues. Und sie konnten Technologien von uns auch übernehmen, weil wir neuere Anlagen hatten. Vollautomatisierte Anlagen. Das hat bei Ihnen dann auch etwas ausgewirkt. Anyhow, not invented here, sagt man. Wir haben das nicht selber entwickelt. Das ist nicht in unserem Garten gewachsen. Ich denke, das war schon schwierig. Das yankige Produkt kommt zu den Confederates. Das ist schon happig. Immer noch. Heute noch. Das ist nicht zu unterschätzen. Diese Problematik Norden und Süden. Im Jahr 2015 auch immer noch ein wenig. Und dann die ganze Vorbereitung, Startup. Ich meine, ich habe einen Startup erlebt, der war katastrophal. Und wir müssen dann sagen, jetzt machen wir das Ende. Jetzt wird vorbereitet, pilotiert, in Betrieb genommen, à la Swiss. Und that's it. Und wir brauchen nicht mehr Zeit, aber dann funktioniert es. Gut, da sehen Sie die Resultate. Das sieht schon eigentlich sehr erfreulich aus. Die Qualität hat mit diesem Prozess enorm, hat sich enorm verbessert. Wir hatten dann wirklich 100% Inspec. Der Durchfluss, der hat sich vervierfacht. Also von etwa 250 Kilo pro Stunde auf 1000 Kilo pro Stunde. Eine Tonne pro Stunde. Das sind eine spektakuläre Zahlen. Und das zeichnet sich dann aus in den Kosten. Also die Kosten eigentlich durch drei geteilt. 60 Cent noch im Vergleich zu vorher. Das wird sich dann schon aus bei 500 Millionen Pounds Produktion. Also bei 5 Millionen Pounds Produktion. Die Absorption der ganzen Anlage gesteigert. Und vor allem, die Abfälle waren nicht undefiniert. Das sind jetzt wohl definierte Abfälle, die rauskommen, die man planen kann. Und die gehen dann in die geregelte Entsorgung. Und nicht einfach so kanzlergener Stoff, wo man nicht weiß, wie das überhaupt noch weiter reagiert. Dann möchte ich gerne über die Resultate der Mitarbeitenden sprechen, der Mitarbeiter. Ich habe das bewusst Englisch gelassen. Das sind ihre Worte. Die haben das gesagt. Was hat es ihnen gebracht? Was sind die Resultate gewesen für sie? Es war für sie wirklich entscheidend. Wir hatten ein klares, hohes, gemeinsames Ziel. Das hat enorm viel gebracht. Dann auch jeder konnte teilhaben am Prozess, an der Anlage, am Verbessern, also Verantwortung übernehmen und auch der Zuständigsein für diese Verantwortung übernommen hat. Dann diese ganze Genugtuung, das ist einfach tagelang, drei Wochen lang ist das einfach gut gelaufen. Das war ein neues Leben für die Leute. Die mussten nicht am Morgen dann kommen. Wohlverstand, zwölf Stunden Schicht. Immer zwölf Stunden Schicht. Und die kommen am Morgen und Bullshit und dieses Scheißprodukt. Und das läuft einfach so ganz elegant. Läuft einfach wie eine Uhr. Das ist ein ganz anderes Leben. Dann Enjoyment, auch die Freude an der Arbeit, die Freude zu kommen, die Freude auch am Prozess dann weiter zu verbessern, auch für die anderen Produkte zu lernen. Stolz, das ist schon wichtig, auch bei den Amerikanern der Stolz. Sie waren dann wieder Number One mit diesem Produkt und nicht mehr die Schweizer, obwohl ein Schweizer mit ihnen dort produziert hat. Überhaupt darum kommt ein Schweizer auf so eine solche Anlage. Aber dieser Stolz, was das dann wieder ausmacht in der Motivation. Und Individual Growth, dadurch, dass jeder Teilprojekte geführt hat, hat er sehr viel gelernt und konnte damit wachsen. Wachsen in neuen Gebieten. Zum Beispiel ein Mitarbeiter im Kontrollraum, der hat auf einmal die Prozesse geschrieben. Das kam man vorher gar nicht in Frage. Das hat immer der Chemiker gemacht. Und zwar hat er Prozesse geschrieben, aber er hat das fantastisch gut gemacht, mit den richtigen Informationen. Aber so, dass wir es dann auch alle verstehen. Ja, dann ist nach einer Inbetriebnahme, das gut läuft, dann die Geschichte ist schon fertig. Ich denke, die Geschichte ist dann nicht fertig. Dann kommt das Aufarbeiten, die Aufräumarbeit und es hilft dann oft, wenn man dann vielleicht das verbinden kann mit einem Preis oder mit Awards. Wir sind dann Awards erschassen gegangen, also wir wollten einige Awards holen und haben das dann so hingekriegt zusammen, dass wir den Learning Organization Preis der USA gewonnen haben. Das hat dann Renommee gegeben und wirklich ein gutes Bild im Headquarter im Norden. Gibt noch ein wenig Geld, das gehört auch dazu. Und Breakthrough Parties. Und dann hatten wir auch die Chance, uns anzumelden für den Innovationspreis. Das ist harte Arbeit, das ist Knochenarbeit, das auszufüllen und zu überlegen, was hat es eigentlich gebracht, warum ist es so gut gelaufen, was hat es der Firma gebracht, finanziell und so weiter. Das sind fast neue Felder gewesen. Warum ist es eigentlich gut gegangen? Dann haben wir enorm viel gelernt und wir konnten das dann so weiterführen. Und hatten dann wirklich die Chance im 1997, diesen Innovationspreis auch noch zu gewinnen und konnten dann für eine Woche das ganze Team, acht Leute, das ganze Team für eine Woche in die Schweiz gehen, den Preis abholen in Basel und haben dann auch noch die Schweiz besucht, Monte und das Matterhorn. In Amerika ist klar, solche Sachen werden auch zelebriert, auf ihre Art. Wir haben dann die Breakthrough Party gefeiert, wir haben eine Hochzeit durchgeführt, zwei Gebäude verheiratet, das war die Party, zweitägige Party, sodass alle mitmachen konnten. Die haben mich verkleidet als Braut. Ich wusste nichts davon, die haben mich verkleidet als Braut. Den ganzen Abend war ich die Braut von Area 19 gegenüber dem Bräutigam von Area 12. Und ich kann Ihnen sagen, dann bin ich dann Schauspieler. Das haben wir gefeiert. Das war dann wirklich schön. Diese Zeremonie, einmal Braut zu spielen und dann der Innovationspreis, eben konnten wir in Basel abholen. Und Sie sehen jetzt die acht Leute. Sam Feuer, das ist der Automation Guy, IT Guy, Automation Guy von Georgia. Der hat auch die Präsentationen dann gemacht. Der ist fantastisch gut in Präsentationen. Und der konnte dann den Innovationspreis, die Präsentation für den Innovationspreis vorbereiten. Dann haben wir Jim Harter, der ist von Texas. Das ist der Ingenieur. Bodenständiger Ingenieur, der weiß, wovon man spricht. Dann hatten wir Ronald Jordan, das ist der richtige Redneck. Der vom Süden mit diesem großen Pick-up-Car. Pick-up und großem Fischerboot. Das ist der Kerl vom Wald, vom Süden. Und der war ein Schichtmitarbeiter, aber der hatte sehr große Überzeugungskraft gegenüber den anderen Mitarbeitern, dass er die involvieren konnte und das Know-how herausnehmen konnte. Und vor allem, dass er die trainieren konnte und ausbilden konnte. Das war einer der wichtigsten Leute in diesem ganzen Prozess. Und dann haben wir noch Fred Karkowski für Safety. Philipp Mischow von Frankreich, Lyon. Der kleine Appenzeller. Wilhelm Richardson. Ein ranziger Kerl, aber fantastisch im Prozess schreiben und kann auch sehr schöne Gedichte schreiben. Und dann auch Bobby Frank-William, der oberste US-Army, hat Desert Storm mitgemacht. Der war Vorarbeiter. Okay. Jetzt, warum war es eigentlich möglich? Ich denke, es braucht Mut. Stopp zu sagen. Jetzt hören wir auf, jetzt müssen wir denken. Auch etwas unkonventionell zu arbeiten. Vielleicht eine andere Methoden anzuwenden. Vertrauen. Vertrauen ist enorm wichtig, klar. Aber das gewinnt man nicht einfach von heute auf morgen. Das ist ein Prozess über Monate, über Jahre. Und ja, die Zusammenarbeit. Und dann kommt man in die Schweiz zurück. Und ich denke, es gibt vergleichbare Geschichten in der Schweiz. Sie kennen sicher diese Appenzeller-Biberli, Berli-Biberli von Bischofberger. Josef Bischofberger ist ein Gousin meines Vaters. Er ist jetzt 80 geworden im August. Mein Vater ist 92. Und er hat in den 70er Jahren überlegt, wie er mit seinem Biberli weitergehen möchte. Und er hat dann gesagt, ich gehe eine Zusammenarbeit ein mit Zweifelchips. Zweifelchips, Zürcher. Wissend, dass er in jedem Restaurant und in jedem Kiosk vorhanden ist. Und hat noch frisches Service. Also in der Unterlage sehen Sie Mai 2012. Das sind jetzt die frischen hier. Habe ich diese Woche gekauft. Bis November 2015. Frisches Service. Und alle haben gesagt, du spinnst. Du wirst sehen. Zweifelchips wird dich auffressen. Du wirst verschwinden vom Markt. Und das besteht schon über 40 Jahre. Also wenn der das 40 Jahre hinkriegt, warum kriegen wir das auch mit anderen Zusammenarbeiten hin. Und wenn Sie dann rausgehen in die Pause zum Apero, können Sie sich dann auch bedienen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Bruno Peter. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.